Willkommen zu einem weiteren Programm im DAI Home. Wie versprochen, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, Essen gut, alles gut ist Ihnen gut bekommen von meinem Kollegen Johannes Ahlisch. Und jetzt am Sonntag sind wir wieder für Sie da in der Reihe Praktisch-Philosophie, die ja mit dem Beitrag von Karl Friedrich Gettmann begonnen hat. Er hat darüber gesprochen, wie man Klimadebatten vernünftig führen kann und wie Philosophie und natürlich in ihrer Form die Philosophinnen und Philosophen dazu beitragen können, dass eine gewisse Rationalität, aber auch eine gewisse Abwägungslogik der Argumente tatsächlich stattfinden kann. Und was Philosophie noch alles zu einem gesellschaftlichen Diskurs beitragen kann, das wird Thema von Praktisch-Philosophie sein. Es ist also nicht ganz klassisch gedacht, dass es jetzt nur um die sogenannte disziplinarische praktische Philosophie geht, sondern wie wird Philosophie für die Gesellschaft, in der Gesellschaft praktisch, was können Philosophinnen und Philosophen da beitragen. Wir haben da ganz tolle Themen noch vor und ganz tolle Gäste. Und heute beginnen wir mit etwas ganz Besonderem, nämlich dem ersten Teil eines gemischten Doppels. Jetzt würden Sie mich fragen, Herr Giebermann, was ist denn ein gemischtes Doppel? Ja, wir haben nämlich beide Vortragenden in diesem Double-Feature heute auch schon mit dabei. Beide werden auch neben ihren Vorträgen auf den jeweils anderen mit einer kurzen Replik eingehen. Mit Replik, damit sind nicht Replikanten, siehe Blade Runner, also gefährliche Androide-Formen gemeint, sondern klassisch gesehen eine, vielleicht neudeutsch gesagt, Reaction, eine Reaktion auf den Vortrag der jeweils anderen. Und ich freue mich, dass wir Wilhelm Reichert und Janina Loh heute hier haben. Herzlich willkommen erstmal an beide. Der eine aus dem schönen Heidelberg, die andere aus dem auch sehr schönen Wien bei uns dabei, bei dieser etwas anderen technisch-philosophischen Debatte, wie gesagt, ein gemischtes Doppel. Heute beginnen wir mit Wilhelm Reicherts, der technisierte Mensch, eine philosophische Diagnose. Und Wilhelm Reichert ist Ihnen hoffentlich uns gut bekannt, denn er hat immer wieder unser Programm mit philosophischen Impulsen und Fragen bereichert und versehen. Zuletzt war er bei dem philosophischen Trialog Ökonomie als Lebenssinn 2019 dabei. Da hatten wir ja auch spannende Gäste und er hat den Beitrag geliefert, jenseits der Ökonomie. Das ist eine seiner fünf philosophischen Reden gewesen, die er 2018 in dem Bändchen vom freien Menschen fünf philosophische Reden veröffentlicht hat. Auch das ist noch erhältlich, da können Sie mal reinlesen. Und ich bin immer wieder froh, dass wir es schaffen, und jetzt verstehen Sie das bitte nicht als strenge Kategorisierung, aber dass wir es schaffen, verschiedene Wirkbereiche von Philosophinnen und Philosophen ins Gespräch zu bringen. Die freien, öffentlichen, vermittelnden Philosophinnen und Philosophen und die akademischen Philosophinnen und Philosophen. Und natürlich vermitteln auch diese, aber es sind einfach andere Wirkbereiche, andere Bereiche, die dann zum Glück in entsprechenden Kulturformaten miteinander ins Gespräch kommen. Zu Wilhelm Reichert möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass er auch in den 90er Jahren die philosophische Praxis gegründet hat, also eine Art Beratungspraxis, wo die Philosophie Menschen helfen kann bezüglich der Lebensführung und Orientierung im Leben. Das tut er fleißig und nebenbei ist er auch noch ausgebildeter Buchhändler. Das ist dann der Brotberuf, in Anführungszeichen. Und ich freue mich, dass er heute wieder ein Thema angeregt hat, wo wir dann auch Janina Loh hören werden, die ihres Zeichens Universitätsassistentin, Technik- und Medienphilosophin in Wien ist, aber zu ihrer Person später und vor allem dann vor ihrem Vortrag mehr. Wir freuen uns jetzt erstmal auf den Beitrag von Wilhelm Reichert, der die Debatte beginnt. Und es ist für uns sehr, sehr wichtig, diese Debatte auch als gemischtes Doppel zu führen, weil die Frage, die technisch-philosophische Frage nach, wie geht es denn eigentlich jetzt weiter hinsichtlich Digitalisierung, Roboterisierung, letzten Endes die großen Zukunftsfragen, wo Autoren wie Stanislav Lem einen ganzen futurologischen Kongress schon als literarisches Werk entworfen haben vor vielen, vielen Jahrzehnten, um eben den Fragen nachzugehen, wie sehr verändert die Technik den Menschen, der Mensch, die Technik und so weiter. Das sind sehr wichtige Fragestellungen, zumal man immer oft mit Problematiken konfrontiert wird, wie eben einem bekannten Zukunftsdualismus von sehr technisch dystopischen Menschen auf der einen Seite, die immer so warnen vor den gefährlichen Supercomputern, Maschinenmenschen etc. pp. und den Euphorikern auf der anderen Seite, die die schöne neue Welt uns versprechen, wenn wir erstmal, keine Ahnung, wenn uns digitalisierte Kühlschränke direkt ins Gehirn vermelden, du musst noch Eier kaufen, der Kühlschrank ist halb leer, nicht vergessen, noch einkaufen gehen und so weiter und das soll uns dann allen das Leben erleichtern, wir werden sehen und natürlich auch die klassischen Anthropomorphismusfragen, nämlich wenn wir Menschen mit Gegenständen, Maschinen, Computerprogrammen umgehen, vermenschlichen wir sie oder technisieren sie uns? Ganz große Fragen, wir dürfen sehr gespannt sein auf den Beitrag jetzt erstmal von Wilhelm Reichert, dann der Replik von Janina Loh und im Anschluss können Sie natürlich auch im Chat und per E-Mail Fragen stellen und da machen wir das, was für Philosophinnen und Philosophen immer am schönsten ist, eine Debatte, ein philosophisches Gespräch, leider ohne Salon, ohne ein Tässchen Kuchen, online, aber immerhin, ich freue mich drauf. Herr Reichert, Sie haben das Wort, herzlich willkommen mal wieder bei uns im DAI. Vielen Dank, Herr Gillmann. Meine Damen und Herren, dass der Mensch mit Hilfe der Technik die Natur bemeistert, wird heute als anthropologische Tatsache nicht infrage gestellt. Mutiert jedoch das Bemeistern zu einem Beherrschen, gewinnt diese anthropologische Tatsache schlagartig höchste Brisanz. Die vormals harmlose Anwendung von Technik verkehrt sich zu einer alle Lebensbereiche erfassenden Technisierung. Wer diese Möglichkeit des infektiösen als Panikmache verkappten Romantikertums der Lächerlichkeit preisgibt und dem technologischen Fortschritt per se das Wort redet, entzieht sich der Aufgabe, den jeweils Konkreten auf seine Auswirkungen hin zu befragen. Unversehens gelangt der Befürworter zu der Winsenweisheit, die Zeiten ändern sich nun einmal. Winsenweisheiten jedoch ohne Reflexion seine Zustimmung zu erteilen, führt zum intellektuellen Herdenverhalten. Um der Gefahr reflexionsloser Gefolgschaft aus dem Wege zu gehen, sei hier der Versuch unternommen, die philosophische Diagnose zu erstellen, ob die technische Infizierung der Gesellschaft bereits stattgefunden hat. Umso erfreulicher, wenn sich die Vermutung als haltlos erweist und kein Krankheitsbild zu diagnostizieren ist. Von jeher galt sich der Mensch als Mängelwesen. Dieses Gefühl des Defizienten war für ihn immer wiederkehrender Anlass einer tiefgreifenden Beunruhigung. Die tiefgreifende Beunruhigung steigerte sich zur existenziellen Sorge, als der Mensch in die Moderne eintrat und aus der transzendenten Gottgeborgenheit des Mittelalters herausgerissen wurde. Er monatisierte sich. Ab diesem Zeitpunkt sah er sich der Frage ausgeliefert, was die Menschen miteinander und mit der Welt verbannt, wenn das göttlich-mittelalterliche Band zerschnitten war. Diese für ihn totalen Verunsicherung versuchte er Herr zu werden, indem er alle metaphysischen Spekulationen über sein Dasein über Bord warf und seine Selbst- und Weltbeziehung von nun an einzig und allein auf das Zweckrationale, ihn physisch am Leben erhaltende Vermögen seiner Vernunft gründete. Die Technik ist, ebenso wie die Ökonomie, ein Bestandteil der zweckrationalen Vernunft. Sie setzt keine Zwecke, sondern sie stellt sowohl das Know-how als auch das technische Instrumentarium bereit, um Zwecksetzungen effektiv realisieren zu können. Dabei täuscht die rasch voranschreitende technologische Entwicklung darüber hinweg, dass in der technisch möglichen Realisierung eines Zwecks noch nicht dessen Setzung beschlossen sein muss. Die Setzung eines Zwecks hängt zwar von seiner Realisierbarkeit ab, darf jedoch nicht von ihr bestimmt werden. Dieser Trend ist heutzutage aber aller Orten festzustellen. Die Machbarkeitshysterie, die die technologische Entwicklung vorantreibt, überdeckt die tiefergehende Frage nach deren Sinn und Zweck. Wer sie stellt, wird als ewig gestriger beiseite geschoben. Wer sie jedoch nicht stellt, liefert sich der Irrationalität seiner Hysterie aus. Auf ihrem Boden mutiert die Selbstverwirklichung des Menschen zur Selbstexpansion. Technik bleibt nicht mehr Hilfsmittel zur Lebenserhaltung und Lebenserleichterung, sondern bläht sich auf zu einem allumfassenden Herrschaftsinstrument. In einem ersten Diagnoseschritt wenden wir uns nun der Frage zu, ob diese technisierende Selbstexpansion die Symptome eines Infekts aufweist. Dafür ist es angebracht, sich in einem groben historischen Überblick die epochalen technischen Entwicklungen zu vergegenwärtigen. Schon der Steinzeitmensch bediente sich einfachster Werkzeuge, um sein Überleben zu sichern oder um sich sein Leben zu erleichtern. Die Diverse Steingeräte aus dieser frühesten Epoche der Menschheitsgeschichte legen dafür Zeugnis ab. Mit ihrer Hilfe wurde die menschliche Kraft in einer Spitze oder einer scharfen Kante komprimiert, was zahlreiche praktische Anwendungen ermöglichte. Antriebskraft und Steuerer war dabei der Mensch. Die nächste epochale technische Entwicklung stellt die Maschine dar. In ihren Anfängen war sie aus einer kleinen Anzahl verschiedener Bauteile zusammengesetzt, die in einem einfachen Funktionszusammenhang standen. Im Laufe der Zeit nahm die Anzahl der Teile dann kontinuierlich zu, wodurch auch deren Zusammenwirkung immer komplexer wurde. Von enormer Bedeutung war aber auch, dass zum Menschen als Kraftquelle weitere hinzukommen. Neben den Menschen dienten von nun an Wind, Wasser und diverse Zugtiere als Antriebskraft. Was diese um ein Vielfaches steigerte und ihr Wirkungsgrad explodierte förmlich, als die Dampfmaschine erfunden wurde. Die darauf folgende Erfindung des Verbrennungs- und Elektromotors erlaubte es dann, die jeweiligen Maschinen bei gleichbleibender Leistung erheblich zu verkleinern und damit auch flexibler einzusetzen. Dennoch verblieb bei all diesen neuen Apparaten die Steuerung grundsätzlich beim Menschen. Dies änderte sich erst mit der Erfindung des modernen Automaten. Von nun an wurde die Maschinensteuerung einem vom Menschen geschriebenen Programm übertragen. Die Steuerung durch Computerprogramme übernahm dann in atemberaubender Geschwindigkeit immer mehr maschinelle Abläufe und wies dem Menschen nur noch die Rolle des Kontrolleurs zu. Wir sind nun mit unserem geschichtlichen Abriss der einschneidenden technischen Erfindungen in der Jetztzeit angekommen. Es erscheint nun auch angebracht, auf die Doppelbedeutung von Technik kurz einzugehen. Technik meint sowohl die Apparatur als auch die nach einer Regel ablaubende Verfahrensweise, mit deren Hilfe diese Apparatur ihren Dienst versehen kann. Dass diese herkömmliche Unterscheidung gegenwärtig als der gravierendste Einschnitt in der technologischen Entwicklung angesehen wird, liegt an der Entkopplung des Steuerelements vom maschinellen Apparat. Manifest wird diese Entkopplung am Computer. Computer dienen mittlerweile aber nicht nur der Maschinensteuerung, sondern sie haben auch die Steuerung der organisatorischen Abläufe in nahezu allen menschlichen Lebensbereichen übernommen. Eine überaus interessante, jedoch nicht minder beunruhigende Entwicklung. Denn es drängt sich sofort die Frage auf, sind die Industrienationen möglicherweise von einem technologischen Infekt befallen? Und wäre dieser Infekt mit dem neuartigen Schlagwort Digitalisierung richtig gekennzeichnet? Der Technik als Apparatur und als Verfahrensweise kommt der Status des Hilfsmittels zu. Verlässt sie diesen Status, indem sie einen Eigenwert beansprucht, okkupiert sie dem zu Helfenden als Mittel ihrer Vergegenständlichung. Sie wird zum Zweck und er wird zum Mittel. Sie tut sich als Zweck in ihn hinein. Sie wird infektiös. Philosophische Diagnostik besteht nun darin, aufzuzeigen, ob in der heutigen galoppierenden Digitalisierung eine Verkehrung solcher Art stattfindet. Ist der Mensch noch Nutznießer der Digitalisierung oder wird er zu ihrem Umsetzungsmittel? Ein Blick in die Industriegesellschaft lässt letzteres vermuten. Nahezu keine Lebenssituation, in der nicht ein digitales Gerät oder ein digitaler Ablauf im Fokus steht. Um aber festzustellen, ob die schon als die befürchtete Infektion zu bezeichnen ist, müssen wir an dieser Stelle ein weiteres Unterscheidungspaar einführen. Die schwache künstliche Intelligenz und die starke künstliche Intelligenz. Schon seit gut zwei Jahrzehnten krempelt die schwache KI alle Lebensbereiche unseres Lebensalltags in radikaler Weise um. Insbesondere sind die Auswirkungen in der Ökonomie zu sehen. Mittlerweile wird der gesamte industrielle Sektor bereits als Industrie 4.0 bezeichnet. Ein Indiz dafür, dass uns, dies die Meinung vieler sogenannter Wirtschaftsexperten, die vierte industrielle Revolution ins Haus steht. Ob der an den Tag gelegte Enthusiasmus nur einem naiven Wunschdenken geschuldet ist oder sich als realistisch erweist, wird die künftige industrielle Entwicklung zeigen. Doch bereits heute wird das Wunschdenken durch die Tatsache genährt, dass auch im Dienstleistungssektor eine fundamentale Transformation stattfindet. Denn auch in ihm werden die bestehenden Organisationsformen digital transformiert. Dies geht so weit, dass selbst hoch angesehene berufliche Tätigkeiten wie die medizinische, juristische, psychologische oder journalistische zur digitalen Disposition stehen. Wenn gleich es zurzeit nur wenig ausgereifte Hilfsprogramme sind, die der täglichen Arbeit dieser Berufsgruppen zur Seite stehen, ist es nicht ausgemacht, ob in naher Zukunft deren fachliche Qualifikationen durch eine neuartige Programmgeneration vollständig ersetzt werden. Und sogar auf dem Felde der Kunst fängt die Digitalisierung an zu wildern. So versucht sich manch ein digital kreativer, mit Hilfe ausgeklügelter Algorithmen in dem Hervorbringen von Kunstwerken, was bislang als ureigenste menschliche Fähigkeit galt. Auch wenn die Beurteilung, ob diesen Werken ein Kunstcharakter zuzuschreiben ist, dem Menschen vorbehalten bleibt, scheint doch, als sei ein weiterer Damm gebrochen. Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie gewaltig sich der digitale Einschnitt in sämtlichen Lebensbereichen des Menschen manifestiert. Ist also die Diagnose eines digitaltechnologischen Infekts zutreffend? Gesteht man unserem Planeten den Status eines Organismus beziehungsweise eines biologischen Systems zu? So muss in seinem Fall sicherlich von einer ernstzunehmenden Infektion gesprochen werden. Die Beeinträchtigungen, ja Beschädigungen, die ihm der digitaltechnologische Fortschritt zufügt, können zweifellos als Systeme seines infektiösen Zustands interpretiert werden. Diese Diagnose eins zu eins auf den Menschen zu übertragen, greift jedoch zu kurz. Denn der Mensch hat auch immer schon vom technologischen Fortschritt profitiert. Stellvertretend sei hier nur der medizinische genannt. Zwar sieht sich die heutige Schulmedizin mit dem harschen Vorwurf konfrontiert, sie setze hauptsächlich auf Apparate und synthetische Medikamente, doch darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung ohne sie deutlich geringer ausfiele. So ist der Befund beim Menschen ambivalent. Diese Ambivalenz wird noch an anderer Stelle augenscheinlich in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Heutzutage ist es ein leichtes, sich über das Internet alle möglichen Informationen zu verschaffen und mit einer Vielzahl von Menschen zu kommunizieren. Die Schattenseite dieser Ermöglichung ist jedoch der nach seinem digitalen Fußabdruck klassifizierte und damit manipulierbare Mensch. Doch verfällt der Manipulator seiner Manipulation. Denn die Informationen dienen nur vordergründig gesehen positiv dem Wissenserwerb und Negativ der Manipulation, wie auch die Kommunikation nur in äußerst bescheidenem Maße dem intensiven menschlichen Gedankenaustausch dient. Bei genauerem Hinsehen wird nämlich offensichtlich, dass Information und Kommunikation sich fast vollständig in ihren technischen Umsetzbarkeit erschöpfen. Ihr Inhalt bleibt dabei sekundär. Die Technik manipuliert ihre Nutzer und benutzt ihn für sich. Der Mensch wird zur Repräsentationsfigur der Technik. Nun könnte man aber auch allen Pessimismus fahren lassen und sich als positiven Endpunkt dieser fundamentalen technologischen Umkrempelung eine Gesellschaft vorstellen, in der der Mensch aller physischen Versorgungsabläufe enthoben wäre und ausschließlich seinem intellektuellen und künstlerischen Müßiggang frönen dürfte. Alle lebenspagmatischen Tätigkeiten wären auf die schwache KI übertragen. Keinerlei alltägliche Verrichtungen würden den Menschen mehr belästigen, da für sie eine Herrschaft und dienstbaren digitalen Sklaven zuständig wäre. Jedoch hätte dieses vorgebliche digitale Paradies einen Preis. Der Mensch einer solchen Zukunftsgesellschaft hätte sich in eine vollständige Abhängigkeit von der schwachen KI begeben. Er wäre ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Die Verbundenheit mit der Welt wäre eine total digital vermittelte. Damit aber gerät ihre Vielfalt in Gefahr. Eingezwängt zwischen Null und Eins verliert die Welt ihre Uneindeutigkeit. Die Information über sie steigt ins Unermessliche. Ihre Bedeutung aber wird binär. Ist das nun der schon vor Jahrhunderten von Sozialutapisten proklamierte Sonnenstaat? Oder ist das lediglich der Vorbode jenes unheilbringenden Einschnitts, den eine starke KI in der Evolution des Menschen hinterlassen würde? Ist es ein imaginiertes Schrecksszenario, inszeniert von haltlosen, technikfeindlichen Panikmachern? Oder entbehrt die Befürchtung eines digitalen Infekts doch nicht jeglicher Grundlage? Eine Analyse der starken KI soll Aufschluss bringen. Natürlich stellt sich bei einer Analyse der starken KI oder Superintelligenz, wie sie auch spektakulärerweise genannt wird, als erstes die Frage nach ihrer Entstehung. Während führende KI-Experten dieser Rundweg eine Absage erteilen, gibt es immer mehr futuristisch gestimmte KI-Forscher, die sie für durchaus möglich, ja wünschenswert erachten. Sie verfechten einen Posthumanismus, der schon heute die mit der starken KI beginnende technologische Evolution ausruft. Sie gehen davon aus, dass sich die Superintelligenz durch Deep Learning Programme und eine weiterhin zunehmende Rechenleistung in einem plötzlichen emergenten Sprung von ganz alleine herstellen wird. Große Erwartungen werden dabei in die Entwicklung von Quantencomputern gesetzt. Diese sollen einzeln oder vernetzt die notwendige Rechenleistung und Komplexität erreichen, um eine technologische Singularität zu erzeugen. Doch birgt diese Vorgehensweise zwei Risiken in sich. Es ist erstens nicht vollständig auszuschließen, dass die rechnerische Singularität, die dabei als Sprungbrett zur Superintelligenz dienen soll, sich zu guter Letzt als endlose Optimierungsschleife entpuppt. Denn Optimierung, welche auf sich selbst zielt, läuft Gefahr, ihrer Haltlosigkeit zum Opfer zu fallen. Ein weiteres Risiko ist die Beständigkeit sowohl der Daten als auch der Programme. Um ihr zu entgehen, wäre vermutlich eine permanente Neuspeicherung notwendig. Diese systeminherenten Schwierigkeiten sollen hier jedoch nur angedeutet und nicht weiter ausgeführt werden. Es ist die Aufgabe findiger Informatikspezialisten, sie zu umschiffen. Die andere Gruppe der Posthumanisten ist etwas bescheidener und setzt vorerst auf transhumane Zwischenstufen. Der Cyborg, eine Zwitterform von Mensch und Maschine, stellt solch eine Zwischenstufe dar. Der Cyborg ist ein mit technischen Ersatzstücken hochgerüsteter Mensch. Dabei scheinen Neuroimplantate eine Schlüsselrolle einzunehmen, erlauben sie doch eine direkte gedankliche Steuerung der diversen Technikprothesen. Noch verlockender erscheint aber die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe das menschliche Gehirn zu kaum vorstellbaren Leistungen zu treiben. Selbstverständlich vorausgesetzt, das menschliche Gehirn ist auch nichts weiter als eine hochkomplexe Rechenmaschine und deshalb mit den eingepflanzten Chips kompatibel. Als weiterer Schritt gelten die Androiden. Sie werden durch keinerlei Biologie mehr belastet und der menschlichen Motorik und dem menschlichen Erscheinungsbild in zunehmend perfekter Weise nachkonstruiert. Ob nun der erste Weg oder der zweite Weg zum gefünschten Erfolg führt, soll dem intellektuellen Wettstreit der KI-Forscher überlassen bleiben. Entscheidend jedoch ist, dass beiden Wegen eine Metatheorie des Lernens zugrunde liegt. Schwache KI-Systeme sollen durch extensive Datenverarbeitung so trainiert werden, dass sie nicht nur Datenmuster erkennen, sondern ein Programm zum Erkennen von Mustern selbst erstellen können. Sie sollen ihre Programmierung automatisieren. Dazu benötigen sie ein Programm zur Programmerstellung, ein Metaprogramm. Schwache KI-Systeme sollen lernen, zu lernen. Dabei schließt das Metalernen seine eigene Potenzierung mit ein. Dieses potenzierende Metalernen soll dann den singulären Zeitpunkt herbeiführen, in dem es zur Superintelligenz kommt. Ob die Superintelligenz nach ihrem Entstehen weiterhin im Modus des potenzierenden Metalernens voranschreitet oder völlig neuartige Formen der intelligenten Fortentwicklung praktiziert, darüber wird in der posthumanen Gemeinde schon jetzt wild debattiert. Die bisherige philosophische Diagnose hat gezeigt, dass eine technologisch-digitale Infektion sowohl des Ökosystems Erde als auch der weltweiten Gesellschaften festzustellen ist, wobei Unterschiede in der Symptomatik vorliegen. Das Ökosystem Erde und viele schwach industrialisierte Länder sind vor allem von einer erheblichen physischen Beschädigung betroffen. Stichwitter hierfür sind Umweltverschmutzung und Klimawandel. Bei den hoch industrialisierten Ländern kommt eine nahezu vollständige Abhängigkeit von der digitaltechnischen Organisation ihre Lebensabläufe hinzu. Nichtsdestotrotz kann nur von einer schwachen Infektion gesprochen werden. Denn wäre es eine starke Infektion, würde die menschliche Gesellschaft vollständig abgelöst werden. Bemerkenswert bei solch starker Infektion wäre, dass das Infektiöse sich als Keim einer neuartigen Evolution entpuppen würde, der technologischen. Der Keim aber wäre die Superintelligenz. Die Evolutionstheorie ist eine Theorie der Zweckrationalität. In ihrem Primat der Lebenserhaltung verschmelzen Mittel und Zweck. Die Frage nach dem Wozu wird verkürzt auf die Frage nach dem Womit. Dies gilt sowohl für die biologische als auch für die technologische Evolutionsform. Das biologische Individuum steht im Dienste einer optimierenden Reproduktion und wird somit zum Dienstleister einer materiellen Lebenserhaltung, ob nun einzeln oder im Verbund der Art. Lebenstüchtigkeit ist das Prinzip der Evolution. Variation und Selektion ihrer hervorstechenden Mechanismen, diese zu realisieren. Der einzelne Mensch verkommt zum Element seiner Spezies und als solches zur Funktionseinheit im Survival of the fittest. Er wird zum Erfüllungsgehilfen einer Zweckrationalität, deren höchstes Ziel die Aufrechterhaltung ihrer selbst ist. Während aber die biologische Evolution auf Individuen angewiesen ist, die eine fortwährende Neukombination der Gene garantieren, kommt die technologische Evolution ohne diese individualistische Behelfsbrücke aus. Die einmal entstandene Superintelligenz benötigt keine andauernde genetische Kombination ihrer Merkmale, um sich optimierend fortzuentwickeln. Ihr Optimierungsfortschritt basiert auf exponentiellem, nicht zu Ende gehendem Lernen. Wenn in diesem Fall Lernen noch den zutreffenden Begriff darstellt. Wie wahrscheinlich ist nun solch eine Superintelligenz? Neben den schon erwähnten technikinternen Schwierigkeiten werden vor allem von philosophischer Seite prinzipiell angeführt. So sei ein biologisches System von einem technologischen grundsätzlich zu unterscheiden und die Annahme ihrer Evolutionen seien vergleichbar nicht statthaft. Und der von Technoapologeten angeführte Begriff der Emergenz sei lediglich ein Mittel, diesen prinzipiellen Unterschied zu verschleiern. Komplexität allein sei keineswegs hinreichend, um das Entstehen von künstlichem Bewusstsein zu erklären. Doch könnte sich die Frage, ob die Superintelligenz ein Bewusstsein ihrer selbst besitzen muss oder eine ausschließlich funktionale Intelligenz für sie hinreichend wäre, als eine rein menschliche Entpuppen. Für das intelligente Superwesen wäre sie irrelevant. Es deutet sich ein Problem an. Das Problem der Definition. Wie ist die Superintelligenz definitorisch zu erfassen? Welche Prädikate sind ihr zuzuschreiben? Das Super verweist auf einen Intelligenzgrad weit höher als der des Menschen. Und die Art ihrer Intelligenz könnte einzig und allein funktional verstanden werden, also als die Fähigkeit, Probleme jederzeit auf optimale Weise zu lösen. Die weitere Frage, ob die Superintelligenz auch über Superemotionen verfügt, bleibt bei dieser Definition allerdings offen. Was sich jedoch bei ihr als unabdingbar abzuzeichnen scheint, ist ihre solitäre Existenz. Auch wenn Cyborgs und Androiden als Einzelwesen auftreten, so ist die Vorstellung, sie seien mehr als transhumane Zwischenwesen, eine äußerst menschliche. Zielpunkt ist die solitäre Superintelligenz. Das aber macht sie individuell und die ihr folgende technologische Evolution allemal. Mensch sein würde obsolet. Technik sein wäre die Zukunft. Den technisch affizierten Macht- und Geldeliten erscheint diese Zukunftsperspektive äußerst verheißungsvoll. Ihnen ist es genug, als Element einer anonymen Superintelligenz weiter existieren zu dürfen. Sie befürworten den auflösenden Untergang des Individuums in digitaler Unterscheidungslosigkeit. Sie sehen ihn als Preis der technologischen Unsterblichkeit. Doch bleibt es fraglich, ob die Superintelligenz es als opportun erachten würde, Speicherplatz für menschliche Gehirne bereitzustellen. Ganz im Gegenteil. Sie könnte sogar auf den abwegigen Einfall kommen, die Sache zu verkehren und den menschlichen Gehirnen die Rolle von Prozessoren und Arbeitsspeichern zuzuweisen. Einerlei, welche Variante sie wählen würde. Das menschliche Individuum, wie wir es kennen, wäre Vernügen. Meine Damen und Herren, das Individuum ist durch die Gemeinschaft und die Gemeinschaft ist durch das Individuum. Stellt sich die Gemeinschaft über das Individuum, totalisiert sie sich. Stellt sich das Individuum über die Gemeinschaft, totalisiert es sich. In der Superintelligenz totalisieren sich durch Gleichsetzung beide. Sie ist die individualisierte Spezies, deren alleiniger Sinn und Zweck besteht in ihrer Aufrechterhaltung. Denn Selbstzweckhaftigkeit, die über die materielle Existenz hinausgeht, ist nur im Individuellen zu finden. Billigt man es der Spezies zu, verkürzt man den Geist zum Dienstboden des Lebens. Die scheinbare Nutzlosigkeit des individuell-geistigen verklärt das Geistige der solitären Superintelligenz nur scheinbar. Tatsächlich verbleibt es zweckrational. Denn ein Geistiges, das über die Aufrechterhaltung seiner Selbst hinaus zielt, ist und bleibt der Superintelligenz fremd. Doch wer das Individuelle negiert, negiert das Allgemeine. Das Kunststück menschlicher Existenz besteht darin, beides in sich zu vereinen. In philosophischer Terminologie, es besteht im Willen zur intersubjektiven Daseinsform. Nur wer die Freiheit der anderen in die eigene Freiheit aufnimmt, entgeht der Vernichtung beider. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Wilhelm Reichert, für diese erste philosophische Diagnose. Die Zweitmeinung als kurze Replik jetzt von Janina Loh, die nicht nur lehrt und forscht an der Universität in Wien, natürlich mit heißem Bemühen, sondern die auch zwei wichtige Einführungen, mit zwei wichtigen Einführungen den Diskurs bereichert hat. Das ist einmal die Einführung in den Trans- und Post-Humanismus und zum zweiten 2019 im Surkamp Verlag erschienen. Die eine kann ich sogar als Buch, Kulturvermittlung, man hält Bücher hoch. Nein, Spaß. Janina Loh, Roboterethik 2019 im Surkamp Verlag erschienen. Unsere Zweitmeinung als kurze Replik. Bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf und diesen sehr spannenden Vortrag lauschen durfte. War mir eine große Freude. Habe viel Denkfutter bekommen. Und erst mal direkt vorneweg, ich glaube, inhaltlich stimmen wir bei den allermeisten Punkten tatsächlich überein. Sowohl was einzelne konkrete Aussagen betrifft, als auch was sozusagen den Gesamttonus anbelangt. Ich würde andere Metaphern wählen. Ich glaube, ich würde nicht von einer Infektion sprechen oder von einer Krankheit. Aber davon einmal abgesehen, sehe ich begrifflich wenig Unterschiede. Auf die möchte ich auch jetzt nur ganz kurz hinweisen, weil ich eigentlich glaube, dass es nicht so spannend ist, über definitorische Unterschiede zu sprechen. So sind Cyborgs für mich beispielsweise keine hochgerüsteten Menschen. Ich persönlich bin befreundet mit vielen Cyborgs. Es müssen noch nicht mal Menschen sein, aber hochgerüstete oder gar transhumanist sind das, weiß Gott nicht immer. Genau, also andere definitorische Unterschiede zwischen Posthumanismus, Transhumanismus und so lasse ich jetzt auch erst mal beiseite. Ich glaube, das ist da nicht ganz so spannend, drüber zu sprechen. An zwei Stellen, von denen ich aber sagen würde, dass sie auch zusammenhängen, würde ich gerne einhaken in Ihrem Vortrag, weil ich glaube, dass wir da ein bisschen genauer sein könnten und Genauigkeit nicht an und für sich einfach immer nur gut ist, sondern vor allen Dingen, weil sie die Kritik, glaube ich, noch mal deutlicher machen könnte an diesen beiden Stellen. Und zwar würde ich gerne einmal auf eine Stelle hinweisen. Das war, ich habe den Vortrag teilweise ausgedruckt hier vor mir liegen. Auf Seite 5 einmal, ich zitiere die Stelle auch für die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Sagen Sie einmal, der Technik als Apparatur und als Verfahrensweise kommt der Status des Hilfsmittels zu. Verlässt sie diesen Status, indem sie einen Eigenwert beansprucht, okkupiert sie den zu Helfenden als Mittel ihrer Vergegenständlichung. Sie wird zum Zweck und er wird zum Mittel. Sie tut sich als Zweck in ihn hinein. Sie wird infektiös. Ich glaube, dass hier zwei Begriffspaare zusammengehen. Zum einen einmal die Unterscheidung zwischen instrumentellem und intrinsischem Wert und zum anderen die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt. Und also mir sind viele Fälle bekannt, wo aus einem, einer Entität, einem Wesen meinetwegen, einem Gegenüber, dem wir zuvor einen instrumentellen, einen Hilfswert zuschreiben, den es nicht um seiner selbst willen, sondern für etwas anderes hat, wo wir einer solchen Entität einen intrinsischen, einen Eigenwert zuschreiben, ohne dass wir unseren Eigenwert dadurch verlieren. Also es gibt dazu ganze ethische Theorien, aber es gibt sicherlich auch zahlreiche Beispiele aus dem Alltag. Das heißt, nicht überall dort, wo wir einem Gegenüber, einem etwas meinetwegen, einen Eigenwert geben, verlieren wir unseren eigenen Eigenwert an dieser Stelle. Warum das interessant ist, sage ich gleich, wenn ich auf die zweite Stelle zu sprechen komme. Und zwar ist die auf Seite sieben, wo sie sagen, die Technik manipuliert ihren Nutzer und benutzt ihn für sich. Der Mensch wird zur Repräsentationsfigur der Technik. Und ich glaube, hier ist tatsächlich ein Missverständnis oder ein Fehler, denn nicht die Technik manipuliert uns, sondern, und das ist, glaube ich, also für mich der ganz wichtige Kern der Kritik an der Stelle, die Unternehmen, die diese Technik produzieren und auf den Markt bringen, die sie am Ende des Vortrages in Form der Macht und Geldeliten auch einmal angesprochen haben. Das halte ich für ganz zentral. Das hätte ich mir ein bisschen stärker gewünscht. Ich würde an der Stelle gerne einen Vergleich zu Marx ziehen. Nicht immer ist ein Vergleich zu Marx gut, auch mit Blick auf die Technik, aber ich glaube, an der Stelle schon, bietet es sich an. Und zwar hat Marx im, ich glaube, es ist das 13. Kapitel im Kapital, die Entwicklung hin zur großen Fabrik nachgezeichnet und da ganz klare Worte dafür gefunden, was mit dem Verhältnis von Mensch und Maschine passiert. Er sagt, na ja, am Anfang ist es so, dass die Menschen die Subjekte ihres Handelns sind und die Technik, die Technologien als Werkzeuge benutzen, für sich einsetzen. Die Technologien haben im wahrsten Sinne des Wortes einen instrumentellen Wert für die Menschen, für die sie eben Hilfsmittel sind, wie Sie gerade gesagt haben in dem Vortrag. In der großen Fabrik ist es dann anders. Da verkehrt sich wirklich dieses Verhältnis, in dem die Maschinen selber die neuen Subjekte werden. Und Marx nennt es ganz genau so. Die Maschinen werden die Subjekte und dadurch werden die Menschen zu den Objekten. sie sind nicht mehr diejenigen, die die Maschinen beherrschen, sondern die Maschinen beherrschen, die Menschen. Die Menschen sind die bloßen, Sie sagen es an einer Stelle, auch die Kontrolleure, glaube ich, sagen Sie. Also die Handlanger der Maschinen sozusagen. Kontrolleur ist kein Handlanger. Der hat noch die Sache in der Hand. Ich denke, es ist, ja gut. Es sind halt diejenigen, um mit Marx zu sprechen, die einfach die Maschinen am Laufen erhalten, die den Maschinen zuarbeiten und nicht mehr umgekehrt. Aber, und das ist dann, glaube ich, der wichtige Unterschied, zumindest, wenn ich ihn überspitzt, ein bisschen zu ihrem Vortrag herausstellen möchte. Marx sagt auch an der Stelle, dass nicht die Technik der Fein selbst ist. Nicht die Technik ist schlecht oder soll verteufelt werden, sondern die Technik im kapitalistischen System ist das Problem an dieser Stelle. Und ich glaube da, wir verspielen das so ein bisschen, wenn wir die Technik selbst als so ein abstraktes Subjekt in den Mittelpunkt stellen. Und eine Abschlussbemerkung dazu, glaube ich, noch. Wir haben oft die Tendenz, und da will ich mich gar nicht von ausnehmen, ich glaube, mir geht das selber auch ganz häufig so, wir haben ganz häufig die Tendenz, von der Technik als von etwas Abstraktem zu sprechen. Also wir sehen irgendwie, wir sind auch beeindruckt von den Technologien, die uns im Alltag oder auch in den Medien begegnen. Dann sehen wir beispielsweise so einen super klugen Schachcomputer, der besser spielen kann als viele, viele Menschen. Und dann machen wir ganz schnell so einen Schritt zu der Technik im Allgemeinen und reden dann irgendwann sehr schnell von entweder der Superintelligenz oder von der Maschine, die die Weltwirtschaft an sich reißen würden. Etwas, was wir interessanterweise bei Tieren nie machen, obwohl sie auch durch Domestikation den Menschen sehr, sehr nahe gekommen sind und durch Menschen sehr stark geformt worden sind. Beispielsweise ein Lawinenspürhund, der irgendwie sehr viel besser als viele Menschen in der Lage ist, andere Menschen in Lawinengebieten aufzuspüren, der also über herausragende Fähigkeiten hier verfügt, über die sonst nur wenige andere Menschen verfügen. Da würden wir auch nicht von diesem einen konkreten Tier auf die Ebene des Tieres im Allgemeinen wechseln und schon gar nicht, um irgendwie sagen zu wollen, dass das Tier irgendwie die Weltwirtschaft an sich reißen möchte. Und ich glaube auch hier, auch wenn diese abstrakte Perspektive zuweilen verlockend ist, sollten wir uns davor bewahren, die einzunehmen, sondern was mir als Philosophen einfach sehr, sehr wichtig ist an der Stelle, ist es von dieser Schwarz-Weiß-Sicht, die gerade mit Blick auf die Technik so verlockend wirkt, Abstand zu gewinnen und konkrete Technologien auf ihre konkreten Vor- und Nachteile und ihre konkreten Risiken und Chancen hin zu beleuchten, weil nur diese Perspektive es erlaubt, die eigentlichen Manipulateure, nämlich die Unternehmen im Hintergrund, in den Blick zu bekommen. Und in der Tat, also Google hat das erklärte Ziel, eine künstliche Superintelligenz zu schaffen. Und deswegen sollten wir uns Google anschauen und andere Unternehmen wie Amazon und ich muss jetzt hier nicht alle aufführen und deren Machenschaften uns anschauen und halt auch anschauen, wie wir Menschen uns dadurch manipulieren lassen und weniger auf eine abstrakte Technik, die sei sie als Superintelligenz denkbar oder nicht denkbar, auch da bin ich mit Ihnen vollkommen on the same page sozusagen, nicht auf eine abstrakte Technik irgendwie zu verweisen. Ich glaube, das verschleiert so ein bisschen die eigentlich sehr konkrete Kritik, die wir hier an sehr konkrete Menschen und Unternehmen richten müssen. Also eines sehe ich natürlich auch, die Technik ist natürlich auch von Vorteilen. Aber man muss natürlich unterscheiden, ob ich jetzt einen Kühlschrank hernehme oder Alexa. Also auf der einen Seite ist der Kühlschrank völlig in Ordnung, sehe ich auch so. Wenn aber wie Herr Gilman am Anfang schon sagte, Alexa mir dann per Handy mitteilt, dass eben der Salat fehlt, dann finde ich das einfach übertrieben. Das ist nicht notwendig. Das heißt, was Sie auch sagten, man muss die einzelne Technik auf Sinn und Zweck befragen. Das findet heute nicht statt. Was machbar ist, wird gemacht. Ja, genau. Zum Zweiten, das sind nicht die Macht- und Geldeliten, sondern das ist die Technik hinter Ihnen. Ich gehe wirklich davon aus, dass die auch Hilfsmittel sind. Die haben die Kontrolle verloren. Die machen es, nicht weil sie Geld verdienen wollen, sondern weil die Technik sie essentiell bestimmt. Es ist zu kurz gegriffen zu sagen, die machen das deswegen, weil sie Geld verdienen wollen. Die haben ja sowieso genug Geld. Also wenn ich den Amazon-Chef hernehme, wie viel hat er? 150 Milliarden. Ich habe es mal ausgerechnet, er könnte sich mit seinem Geld 15 Flugzeugträger kaufen. Das ist völlig absurd. Das heißt, warum soll er noch mehr Geld verdienen? Also glaube ich nicht, dass er sozusagen darauf abzielt, uns zu manipulieren, um Geld zu verdienen, sondern er hat die Vision eben, was Sie auch sagten, ich glaube, dass es im Silicon Valley passiert, eine Superintelligenz zu erzeugen. Warum wollen Sie das? Aus Kontrolle? Nein, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Doch, doch. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich denke, genau dann passiert das, was Sie sagen, dass es eigentlich nicht stimmt, dass die Technik aufgrund der Tatsache, dass sie eben sich so entwickelt und eine dermaßen hohe Komplexität erreicht und eine dermaßen große, sagen wir ganz einfach, Faszination ausübt, der Einzelne überhaupt keine Distanz mehr zu der Technik hat. Das ist ähnlich, Sie haben das mit dem Marx erwähnt, dass sozusagen die Entfremdung nur stattfindet, weil die Produktionsmittel den, ja, Bursche, was Sie den Kapitalisten gehören. Das ist nicht richtig. Würden die Produktionsmittel auch den Arbeitern gehören, wäre der Prozess der Produktion der gleiche. Die Maschine wäre die gleiche bleiben, ob sie dem, der davor sitzt, gehört oder nicht, ist irrelevant. Ich tendiere dazu, auch den Marx nicht als Verteilungs Marx zu interpretieren und zu sagen, okay, das kommt darauf an, an wen sozusagen der Profit vergeben wird, sondern den Entfremdungs Marx. Und der Entfremdungs Marx wird eigentlich meiner Meinung nach zu wenig beachtet. Der würde nämlich die Frage stellen, ist die maschinelle Tätigkeit selbst ein Entfremdungsprozess, egal, wem die Maschine gehört. Und das bedeutet wiederum, dass die Interaktion mit der Maschine die Frage hinterlässt, ob diese Interaktion eine Entfremdungsaktion ist. Sie würden sagen, weniger, weil Sie sagen, die Maschine stellt eine Existenzform dar, eine Entität. Das ist richtig, nur ist es die Frage, welche Art von. Und vor allem, eines ist ganz klar, wir sagen das. Wir teilen sie dazu ein. Im Grunde machen wir etwas, was wir eigentlich seltsamerweise mit anderen Sachen auch machen, mit Tieren auch. Wir vermenschlichen die Technik. Das fängt ja schon davon an, ich weiß noch früher, wenn man das Auto geputzt hat, da kann es passieren, dass man dann an das Blechen anhaucht und kurz mal drüber. Das ist sozusagen ein emotionaler Zugang. Jetzt ist die Frage, ist es gerechtfertigt oder nicht? Das heißt, ist das Auto selbst, ja, was ist es? Was würden Sie sagen, was das Auto ist? Ist es eine Wesensheit? Ist es sozusagen eine Existenz, die unserer Zuwendung bedarf? Das, glaube ich, müssen Sie den jeweiligen Menschen fragen, der ein solches Auto, eine solche Beziehung zu einem solchen Auto aufgebaut hat. Ich besitze kein Auto und führe auch keine solche Beziehung zu einem Auto. Sie sind mir einfach viel zu pauschal an der Stelle, viel zu sehr auf ein Abstraktum gerichtet, dass das nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht so in dieser Weise existiert. Also die Technik, ich weiß noch nicht mal, was das sein soll. Sie haben zu Recht definitorische Unterschiede aufgemacht zwischen Technologien und Techniken. Und es gibt noch viele, viele andere Spielarten von Technik oder von dem Begriff Technik, Sachtechnik, Realtechniken und so weiter. Aber das macht einfach nur Sinn, davon zu reden, wenn man sich auf konkrete Exemplare bezieht, zu denen Menschen jeweils individuelle sehr unterschiedliche Beziehungen haben können. Für mich ist ein Auto ein reiner Gebrauchsgegenstand, aber ich fahre auch überhaupt gar nicht gerne Auto und ich habe auch noch nie zu einem Auto irgendwie eine nähere Beziehung aufgebaut. Gut, aber Sie würden jemanden, der eben sich so verhält, das eigentlich zubilligen? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich sage, das darf man nicht, sondern ich frage eher, was steckt dahinter? Man kann auf der einen Seite sagen, es ist eine Manipulation, weil solch eine Beziehung das nächste Auto vielleicht dann sofort wieder ermöglicht oder ein teures Auto noch. Aber ich finde eher, was das springende Punkt ist, was ist das Verhältnis zu diesem einzelnen, und insofern ist es schon konkret, technischen Objekt? Was ist das Verhältnis? Ich glaube, es ist wirklich, ich meine das ganz ernst, ich glaube, es kommt, wie gesagt, auf den sehr genauen Fall an. Es gibt Leute, die führen Beziehungen zu Objekten. Man nennt das Objektophilie oder Objektsexualität. Das ist ursprünglich mal ein sehr positiver Begriff der Selbstzuschreibung gewesen. Eine Frau, die sich als mit der Berliner Mauer verheiratet gesehen hat. Und ich finde es ziemlich arrogant, wenn Menschen hergehen und diese Personen als nicht mehr ganz bei Trost sehen. Das habe ich nicht gesagt. Nein, deshalb wollte ich Ihnen auch gar nicht zuschreiben. Aber das ist mittlerweile eine sehr häufige Reaktion darauf, wenn Menschen in irgendeiner Form emotionale Bindungen zu Objekten aufbauen. Es gibt in den USA Leute, die ihre Smartphones heiraten. Es gibt im asiatischen Großraum Leute, die zu irgendwelchen Avataren, also Avatare heiraten, wie auch immer. Ich mag nicht darüber urteilen, welche Qualität eine bestimmte emotionale Bindung von Menschen zu einem anderen gearteten Gegenüber hat. Ob das jetzt eine Technik ist oder ein Objekt ist, ein lebloses Objekt, oder ob das eine Zimmerpflanze ist, der ich auf der Geige was vorspiele, weil ich der Ansicht bin, sie wächst dadurch besser, oder ob das mein Hund ist, den ich abgöttisch liebe, auch mehr liebe, als ich viele andere Menschen liebe. Das sind für mich alles sehr intime Beziehungen, über die ich persönlich als Außenstehende kein Urteil fällen mag. Damit werden aber diese Beziehungen in Frage gestellt. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie lieben Ihren Hund mehr als manche Menschen, was bedeutet das für konkrete Verhältnisse? Das heißt, wenn ich jetzt ganz böse bin, würde ich sagen, wenn Sie die Entscheidung treffen müssen, ob jetzt der Hund überfahren wird oder der Mensch, was machen Sie dann? Na, erstmal stehe ich ja immer noch in einem geltenden Rechtssystem. Ja, ja, aber angenommen, das wäre nicht da. Wenn es kein Rechtssystem gäbe, sondern wir haben ja auch Ethik-Diskussionen, wenn es nur ein ethisches System gäbe. Das heißt, es steht nicht die Polizei dahinter, die dann sagt, Sie kommen in den Knast, weil Sie jetzt den Menschen überfahren haben, sondern Sie haben einfach eine ethische Frage. Ja, da würden tatsächlich manche Menschen vielleicht gegen das Wohl anderer Menschen entscheiden und für das Wohl bestimmter Tiere entscheiden. Ja, aber was bedeutet das? Also, ist es nicht so, dass ich sage, unser Verhältnis zu den Tieren ist okay, das ist völlig falsch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir dürfen die Tiere nicht vermenschlichen, sondern sie als Tier respektieren und akzeptieren und mit ihnen so umgehen und ihnen ihre Identität lassen. Ja, aber das würden ja auch viele Menschen behaupten, die beispielsweise ihren Hund jetzt, also ihre Katze oder weiß der Geier, was für Tiere lieben und zu denen sehr innige Beziehungen aufbauen. Die würden ja auch sagen, ich akzeptiere den Hund an sich als Hund und lasse ihn auch in seinem Hund sein. Ja, aber dann sehen Sie teilweise, wie mit den Hunden oder mit den Tieren umgegangen wird. Das ist eine Vermenschlichung und das ist meiner Meinung nach zu dem Hund Unrecht, weil der Hund ist eben kein Mensch. Aber das ist, glaube ich, also auch das ist irgendwie eine Fehleinschätzung. Ich glaube, viele Menschen würden gar nicht sagen, dass sie ihr Gegenüber irgendwie vermenschlichen. Und ich glaube, das ist auch letztlich also irrelevant, der Punkt. Die Frage ist doch, ob es eine gute Beziehung, ein gutes Verhältnis ist, egal, ob wir das als menschlich oder tierisch oder wie auch immer bezeichnen würden. Na gut, aber das würde dann auf die Sache hinauslaufen, dass in dem Augenblick der Mensch in einem Rechtssystem, solange er gegen dieses Rechtssystem nicht verstößt, Beziehungen aufbauen kann und sich verhalten kann, wie es ihm beliebt. Ja, das würde ich wirklich wollen. Also bevor wir jetzt in die tierethische Debatte noch einsteigen, ich musste, also vielen Dank, ich wollte jetzt auch gar nicht direkt reingrätschen, das war so ein wundervoller Austausch. Ich musste jetzt auch lange überlegen, ob ich wirklich mal zugebe, dass es bei mir schon vorgekommen ist, dass ich mich ab und zu mal bei Geldautomaten bedanke, wenn ich Geld abgehoben habe. Das gebe ich jetzt einfach mal offen zu, was das dann zu bedeuten hat, dass, wer weiß, ob man darüber noch näher reden sollte. Aber ich habe jetzt auch Fragen aus dem Chat, die werden mir jetzt gleich reingespielt. Genau. Ah ja, hier sind sie schon. Vielen Dank an die Technik. Wie wird die Machtfrage aktuell diskutiert? Einer steuert doch zunächst die Maschinen oder die Technik, eben Stichwort die Machteliten und so weiter. Wird diese Machtfrage aktuell in diesen ganzen Trans- und Posthumanismus- und technikethischen Diskursen, wird sie auch so thematisiert, wie es wohl an der Zeit ist? An Sie beide erst mal. Ich will dem Reicher zuerst. Auf jeden Fall denke ich, dass da eine Sensibilität entstanden ist, zu sagen, okay, wir werden manipuliert. Dieser digitale Fußabdruck, der ist auch in den Medien. Und dass wir danach klassifiziert werden und dann Werbung kriegen und so weiter, das ist da, glaube ich. Es ist eher die Ohnmacht, zu sagen, was soll ich dagegen tun. Natürlich kann ich immer wieder sagen, werde ich jetzt manipuliert oder ist es wirklich das, was ich haben möchte, hin und her. Nur, was eben für mich entscheidend ist, ist diese Macht- und Geldeliten. Man stellt sich die vor, die sitzen da und denken sich, aha, ich tue mir wieder was Neues ausdenken und dann manipuliere ich die Menschen und verdiene damit Geld. Das ist mir zu kurz, ganz ehrlich. Also diese Idee, die würden es aus Macht und Geldinteresse machen, das zweifle ich langsam an. Sondern ich denke, dass die im Grunde, das ist jetzt etwas, auch von der Technik, das sage ich, oder von ihrer Affinität zur Technik manipuliert werden. Das heißt, diese Machbarkeitshysterie ist genau das unter denen, die sozusagen auch unterliegen. Das ist nicht der kalkulierende Ökonom, der sagt, wenn ich das jetzt mache, verdiene ich das. Wenn ich das mache, verdiene ich das. Ich habe in meinem letzten Vortrag über die Ökonomie gesagt, der Homo economicus ist existenziell abhängig von der Ware. Egal, ob er sie verkauft oder produziert. Das ist nicht derjenige, der eben das tut, damit er Geld und Macht erreicht. Weil, wie ich gesagt habe, mit dem Chef von Amazon, was soll ich von 180 auf 190 Milliarden kommen? Das ist doch absurd. Da kann ich doch nicht hergehen und sagen, aha, da habe ich jetzt noch mehr geleistet, jetzt habe ich noch mehr. Was soll ich damit? Das ist ja völlig unnachvollziehbar. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass eben man vielleicht auch den Begriff der Vergegenständigung einführen muss. Diese Macht- und Geldeliten vergegenständlichen sich oder sehen sich vergegenständlich in der Technik. Und damit, wenn die Technik sozusagen expandiert, expandiert ihre Vergegenständigung. Janina Loh, sehen Sie das auch so? Erstmal würde ich auf die Frage zurückkommen, wie die Machtfrage in diesen Strömungen diskutiert wird. Und da würde ich, also zum Ersten würde ich zumindest dem Beginn von dem, was Wilhelm Reichert gesagt hat, zustimmen. Aber hinzufügen, dass gerade im Transhumanismus und im technologischen Posthumanismus die Machtfrage keine Rolle spielt. Und das liegt daran, dass es selber Kinder ihrer Zeit sind. Der Transhumanismus ist ein absolutes Kind des Kapitalismus, Kind eines Fortschritts und Technikglaubens. Und da wird die, also da spielt die Machtfrage selber, glaube ich, als Diskussionsgegenstand, sage ich mal, keine Rolle. Weil das, und es geht nicht nur, und da glaube ich, komme ich dann schon ein bisschen in den Widerspruch zu Wilhelm Reichert. Und zwar, das mag vielleicht für den Amazon-Chef keine Rolle mehr spielen, ob er die eine Million noch mehr oder weniger hat. In der Tat, aber geht es ja nicht nur um den Amazon-Chef, sondern es geht um eine Reihe anderer Unternehmer und Unternehmerinnen und Begünstigte durch das kapitalistische System, für die es sehr wohl eine Rolle spielt, ob irgendwie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Geld da ist. Und vor allen Dingen würde ich aber sagen, dass sich Geld fragen und eben Macht und Kontrolle fragen, die ganz stark miteinander verquicken, dass die Kontrolle des Menschen und alles, was mit dem Menschen und der menschlichen Welt zusammenhängt, an allererster Stelle steht. Und das spiegelt sich vor allen Dingen wieder in dem Versuch, den Menschen als eine Sammlung von Daten und Informationen zu interpretieren. Die können handhabbar sein, die sind kontrollierbar, die sind durchschaubar, die sind hierarchisierbar und bewertbar. Und diesen Gedanken finden wir letztlich an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Alltag wieder, bis hin zur, keine Ahnung, zum digitalen Patienten, zur digitalen Patientenakte. Alles, was durch dieses Netz an Daten, Informationen, mit denen wir beispielsweise auch für viele Technologien bezahlen, wie Google Maps, die halt so kostenlos daherkommen. Natürlich sind die nicht kostenlos, wir bezahlen mit unseren Informationen und Daten für diese Technologien, dafür, dass wir sie nutzen können. Und die erlauben Steuerung, Kontrolle und Steuerung der Gesellschaft und im besten Falle der Welt zumindest ist das vielleicht das Ziel. Vielleicht geht das Ganze tatsächlich zusammen in so eine Art komisches Wechselspiel mit einer sich verselbstständigenden Technik, die dann in Form einer künstlichen Superintelligenz oder was irgendwie eine Eigenständigkeit entwickelt. Aber ich würde mich vor allen Dingen fragen, wie können wir es schaffen, gegen diese Entwicklungen vorzugehen? Wie können wir es denn schaffen, dem Einhalt zu gebieten? Und ich glaube, da hilft es uns vor allen Dingen, wenn wir uns an diejenigen halten, die diese Technologien tatsächlich ganz konkret produzieren. Und das sind eben bestimmte Unternehmen, ganz egal, was die für Zwecke darin sehen, warum die das machen, aber de facto machen sie es. Das heißt, wenn wir dem Einhalt gebieten wollen, dann an der Stelle. Sonst wüsste ich nicht... Noch eine Ergänzung aus dem Chat zu der Sache eben, wird bemerkt, wie kann man dem Einhalt gebieten, ohne vielleicht Marx oder Jesus zu zitieren, sondern zur Sache zu kommen und proaktiv zu diskutieren. Wo sehen Sie da eine Möglichkeit, Wilhelm Reichert? Ja gut, das ist nur politisch möglich. Das ist völlig verwech. Ja, nur die Schwierigkeit besteht darin. Ich kann natürlich Gesetze erlassen und sagen, okay, diese Tech-Konzerne werden kontrolliert. Nur die Chefs dieser Konzerne, das ist ja eben so, das meine ich damit, das sind ja nicht die, die da oben sitzen und sagen, ich manipuliere jetzt mal. Und beute die Leute aus oder verführe sie zum Kaufen. Nein, die sind, ich sage es jetzt so, damit es vielleicht verständlich ist, selber Opfer. Das ist nicht so, dass die sich da hinsetzen und sagen, okay, das ist jetzt meine Art und Weise oder das ist jetzt mein Zweck. Ich will die Leute sozusagen manipulieren, damit sie eben die und die Sachen kaufen, damit ich Geld verdiene. Das glaube ich nicht. Und wenn wir jetzt politisch eingreifen, dann greifen wir ja letztendlich nur so ein, dass wir sagen, okay, ich muss den Markt regulieren oder ich muss den Einzelnen vor Manipulation schützen oder ich muss Datensicherheit erstellen. Das ist auch völlig richtig. Nur wenn der Einzelne sozusagen das nur darin zieht, dass er sagt, ich will nicht manipuliert werden, ohne sich die Frage zu stellen, werde ich letztendlich auch durch mich selbst manipuliert, weil ich in der Technik etwas sehe, was eigentlich die Technik nicht ist. Ja, weil das sieht anders aus. Will ich mal ganz provokant nachhaken, kommen wir dann überhaupt mit Philosophie weiter, weil wenn Philosophie im klassischen Sinne sich eigentlich an vernunftbegabte Akteurinnen und Akteure richtet und Sie sagen jetzt selber, es sind gar nicht diese Akteure, sondern es ist das System oder die Technik und so weiter, dann wäre Philosophie ja ziemlich machtlos. Nee, keineswegs. Philosophie fordert auf, sich selbst zu bilden und das bedeutet, sich dieser Funktionszusammenhänge bewusst zu werden. Und der Philosoph ist aufgefordert, diese eben zu dekoffrieren. Also ich nenne das Repressionszusammenhänge. Und in diesem Repressionszusammenhang ist der Repressator, den wir sagen, das sind die Machtmöglichkeiten, mit drin. Also das ist nicht so, dass der jetzt nur zwingt, sondern er wird auch gezwungen. Und da wird es natürlich dann abstrakt, dann ist es das System. Da komme ich natürlich von der Frankfurter Schule her. Das heißt, nicht derjenige, natürlich die Menschen etablieren das System und das System wirkt auf den Menschen zurück. Das ist auch eine dialektische Verhaltensweise. Das ist nicht so, dass man sagt, einer nutzt das System zu seinem Vorteil aus, sondern irgendwann mal wird er auch zum Erfüllungsgehilfen dieses Systems. Und das bedeutet, wir müssen dieses System dekoffrieren. Aber kann das der Mensch überhaupt? Wie ist es zu leisten? Bitte? Kann das der Mensch überhaupt? Nächste Frage aus dem Chat an Janina Loh. Ist technische Superintelligenz für den Menschen oder die menschliche Intelligenz überhaupt erkennbar oder sogar definierbar? Oder ich mache den Zusatz, siehe Evolutionsgedanke, wird sie nicht sogar intelligenter, als wir sie jemals begreifen können? Auf die Frage gehe ich sofort ein. Ich würde aber tatsächlich gerne noch auf die Frage davor etwas antworten, beziehungsweise will er mir recht ja zustimmen am Ende. Und zwar würde ich eben auch sagen, dass wir nicht hergehen können. Das ist so ein bisschen die letzte Folie meines Vortrags nächste Woche, dass wir nicht können und auch nicht den Luxus haben, an einem Rädchen im System zu drehen und damit das ganze System zu verändern. Sondern wir müssen auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Das heißt einmal beim Individuum natürlich, natürlich auch schon in den Schulen, im Ethikunterricht, aber auch im Computerunterricht, dass Technik nicht neutral ist, dass es eben nicht nur Eins und Nullen sind, dass ethische Fragen ganz automatisch damit einhergehen. Wir müssen es in den Ausbildungsstätten der Technikwissenschaften machen. Wir müssen es in den Unternehmen machen. Wir müssen es dann auch auf der politischen oder institutionellen und auch rechtlichen Ebene in Form von sehr viel erweiterten Ethikkomitees und so weiter machen. Das nur als Zustimmung sozusagen an Wilhelm Reicherts Punkt, dass die Philosophie hier in der Tat noch eine ganz große und wichtige Aufgabe hat. Aber und eben nicht alles nur rein auf der politischen oder ökonomischen Ebene geregelt werden kann. Sonst gehen wir immer her und wollen Verantwortung an andere delegieren und wollen sagen, wir haben damit nichts zu tun. Das müssen immer die anderen dann machen. Und auf deine Frage zum Schluss, also kann das dann der Mensch überhaupt noch? Ja, wer wäre denn nicht der Mensch? Also wer wäre denn sonst? Dann können wir uns ja gleich zurücklehnen und irgendwie sagen, okay, jetzt alles hier geht fatalistisch den Bach runter. Und der technologische Determinismus, das rollt sich eh alles irgendwie ab. Und dann können wir da degenerieren, wo uns zu unmitteligen Kindern, wenn wir so eine Position vertreten, dass wir nichts mehr tun könnten. Ja, zur technologischen Superintelligenz. Ich glaube, also auch darauf komme ich nächste Woche in dem Vortrag nochmal zu sprechen. Ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, was man unter einer technologischen Superintelligenz versteht. Und wenn man sich beispielsweise Frank Tipler anschaut, ein eigentlich Physiker, der in seinem Buch, ich glaube, es heißt die Physik der Unsterblichkeit, ein Schinken von mehreren hundert Seiten, fast tausend Seiten, glaube ich, hat er versucht, auf physikalische Weise den Omega-Punkt, so nennt er das, das ist die Superintelligenz, beziehungsweise dann die Singularität zu beweisen. Nach seinem Verständnis ist das eine Singularität, in der sich alle Kategorien aufheben werden. Wir werden dann Kategorien wie Raum und Zeit, ich und du, einzelner Individuum und Gesellschaft werden wir komplett verlieren. Alle diese Kategorien werden aufgehen in einem großen, vermutlich dann statischen Zustand, so lese ich ihn zumindest. Und nach seinem Verständnis hat, also er nennt das tatsächlich auch Gott. Dieser Omega-Punkt ist dann eine göttliche Existenz, ist sehr spirituell. Vermutlich ist Frank Tipler auch von den ganzen technologischen Posthumanisten der, der, sag ich mal, seine Spiritualität am deutlichsten ausbreitet, ausformuliert. Aber für andere wie Nick Bostrom beispielsweise und auch schon Goethe, der diese Idee der Singularität in Form einer Superintelligenz, ich glaube, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts das erste Mal formuliert hat, ist es vor allen Dingen eine Form von Superintelligenz, die über alle Fähigkeiten, die verfügt, die Menschen auch haben und noch darüber hinaus noch viel mehr. Nicht nur gesteigerte Intelligenz, nicht nur schneller rechnen, denken können, sondern auch neue Fähigkeiten haben, die wir uns jetzt gerade nicht vorstellen können. Und deswegen sind diese Superintelligenzen im technologischen Posthumanismus auch der nächste Schritt der Evolution. Damit würden sozusagen die Menschen als die sogenannte Krone der Schöpfung überwunden werden. Und es gäbe eine neue Spezies, eine technologische Superspezies. Das ist zumindest die Idee, ob das möglich ist. Da fragen Sie hier die Falsche. Ich halte mich da auch an Wilhelm Rechet und an viele Leute, die mir aus der KI-Forschung bekannt sind, die alle sagen, also wenn überhaupt, dann sind wir davon noch Lichtjahre entfernt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir darüber jetzt nachdenken, weil eben die Frage des Wünschenswerten und des Sollens der Frage der technologischen Machbarkeit unbedingt vorangehen muss. Wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, ob wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der so eine Superintelligenz tatsächlich realisiert wird. Ganz egal, ob sie realisiert werden kann oder nicht. Hier gibt es eine Ergänzung, Herr Wilhelm Rechet, Sie dürfen gleich noch als Ergänzung, vielleicht können Sie das mit aufnehmen. Sollte bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz eben, sollten nicht mehr staatliche Vorgaben gemacht werden, Transparenz, Ethik, Programmregeln, also politische Lösungen, Fragezeichen. Das gebe ich Ihnen einfach noch mit auf den Weg. Wilhelm Rechet. Also auf jeden Fall ist die Politik gefragt und die Politik kann aber nur handeln, wenn, und das ist auch wieder ein Auftrag an die Philosophen, die eine neue Gesellschaftstheorie zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist eine grundlegende Reflexion notwendig. Im Grunde ist die Frage von Kant, was ist der Mensch wieder absolut da und muss beantwortet werden. Die wird nicht letztendlich beantwortet, aber sie muss in den Mittelpunkt rücken, weil sonst werden wir immer nur, ich sage es mal, Kosmetik betreiben. Wir sind höchstwahrscheinlich an einem Punkt, der wirklich ein Umbruch ist und insofern eine tiefgreifende Überlegung, eine tiefgreifende Reflexion braucht. Die Superintelligenz, es ist so, wenn man zurückdenkt, ist es nicht klar oder es ist nicht erklärbar, wie Leben entstanden ist und es ist auch vor allem nicht erklärbar, wie Bewusstsein entstanden ist. Also bin ich da nicht so ganz, dass eine Superintelligenz eben auch entsteht. Das mit den Quantencomputern habe ich deswegen gesagt, weil man nicht weiß, wie die rechnen. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Quantencomputer, wenn er entstehen sollte und die vernetze, weiß ich gar nicht, was da drin passiert. Da kann etwas passieren, von dem wir uns jetzt eigentlich nichts Richtiges vorstellen können. Die ganze Quantenphysik ist ja etwas, was sehr die Vorstellungskraft überstrapaziert. Und was das Problem eher darstellt ist, merken wir es überhaupt? Also merken wir überhaupt, hoppla, da ist ja eine Superintelligenz. Wir denken immer, die sagt dann, hallo, Dave, das ist aber nicht der Fall. Also die kann auch schon agieren, ohne dass wir es merken. Und insofern ist es eigentlich wichtig, dass wir aufmerksam auf die Probleme werden und sie auch grundsätzlich überdenken. Weil wenn wir das nicht tun, schlittern wir in irgendwas hinein. Und ich finde, das hat natürlich auch mit dem Menschen zu tun, als freies Wesen, als selbstbestimmtes Wesen, dass er sich Gedanken macht, wie er sich entwickeln will. Weil sonst sind wir genau das, was ich sagte, ein Element unserer Spezies, aber nicht ein Individuum, das über sich nachdenkt und überlegt, was es tun möchte. Das ist dann auch eine ethische Frage. Ich habe jetzt noch eine Frage an Sie beide. Da können Sie sicher beide was dazu sagen. Knüpft ein bisschen an die Rede von Wilhelm Reichert an Mittel oder Zweck. Weil ist es nicht eigentlich zentral, ob die Maschinen eigene Ziele, in Klammern Zwecke, verfolgen und die Menschen manipulieren oder ob die Maschinen, Algorithmen, Programme und so weiter, Objekte, Instrumente, Assistenten, ergänze ich jetzt, sind, die bei der Entwicklung mehr oder weniger umsichtig sind. Es ist doch nicht die Schuld der Technologie, wenn die Menschen sie schlecht oder unbedacht einsetzen. Wer möchte? Ja, ja, das ist richtig. Aber da muss sich ja jeder einzelne Technologie hinterfragen und sagen, brauche ich die jetzt oder brauche ich sie nicht? Ist sie wichtig oder ist sie nicht wichtig? Wir hatten im Vorfeld darüber diskutiert, ich will auch nicht, dass die Leute ins Bergwerk gehen und da schuften. Nein, da soll ein Industrieroboter rein. Das ist völlig korrekt. Aber das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich, was ich vorhin sagte, Alexa frage, ob Salat im Kühlschrank ist. Da muss man natürlich genau sehen, was ich, es gibt Bereiche, da ist Technik völlig richtig. Ich sagte, der Kühlschrank, der Staubsauger, das braucht man alles. Die Frage ist jetzt, beim Staubsauger, benutze ich ihn noch selbst oder wird er automatisiert, dass er in der Wohnung umfährt? Wozu? Das muss ich doch fragen. Wozu brauche ich das? Ist es eine Lebenserleichterung? Also bitte, ist es eine Lebenserleichterung, wenn Alexa mir sagt, was im Kühlschrank ist? Das finde ich betrieben. Da kann ich sagen, das brauche ich nicht. Wir hatten auch den Pflegebereich schon erwähnt. Warum brauche ich einen Pflegeroboter? Ich muss einfach den Pflegekräften 1.000 Euro mehr zahlen und die Stunden auf 35 verkürzen. Dann ist das auch wieder attraktiver und wird auch dem, was die leisten, gerecht. Da brauche ich keinen. Und das muss man sich auch vorstellen. Deswegen haben wir vorhin die Diskussion, die älteren Menschen bilden dann eine Beziehung zu einem industriellen Flauschtier. Ich will das nur mal hinstellen. Ich will jetzt nicht sagen, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber man muss über diese Beziehungen nachdenken. Und da würde ich Ihnen widersprechen, Frau Loh. Da kann man nicht sagen, wenn der es so will, dann macht er es halt so. Nein, nein, da muss man schon. Der Mensch ist aufgefordert, sein eigenes Tun zu hinterfragen und auch sich darüber klar zu werden, was er da tut. Sich darauf zurückzuziehen und zu sagen, ich tue es, weil ich es eben tun will, ist ein bisschen kurz. Ja, Nina Loh direkt oder? Ja, sehr gerne. Ich könnte jetzt hier dieses große Fach über die Roboter-Roboter-Paare und was das tatsächlich für de facto Vorteile für ältere und älteste Menschen hat, die mit dieser Roboter-Roboter umgehen können, punkto Wohlbefinden und auch Autonomie, was zwei sehr wesentliche Werte im Leben von Menschen sind, anbelangt. Aber das lasse ich einfach mal bei. Wir haben noch einen Termin. Wir haben noch einen Termin. Eben, das ist ein großes Fass, das wir vielleicht nächste Woche aufmachen können. Ich würde eher allgemein ein bisschen eine Diskussion darüber anstoßen wollen, zu dem, was Wilhelm Reichert am Anfang gesagt hat. Und zwar, dass es ja schon nicht selbstverständlich ist, für welche Bereiche Technologien eingesetzt werden können oder nicht eingesetzt werden können. Ganz ursprünglich ist dieser, ist der Begriff des Roboters. Ja, also ich rede jetzt noch nicht mal von allgemein von Technik, sondern einfach erst mal vom Roboter. Das ist das, wo ich am meisten Ahnung von habe. 1921 in Kadel Tchapeks Theaterstück Rossum's Universal Robots geprägt. Und zwar für humanoide Apparaturen, die frohen Dienste, Zwangsarbeiten für den Menschen übernehmen sollten. Im Übrigen sehr nettes Theaterstück, was man sich sehr schön mal nachts im Bett, abends im Bett durchlesen kann, weil das Fragen aufwirft, die tatsächlich heute auch immer noch aktuell sind. Und die Industrierobotik war dann aus offensichtlichen Gründen auch der erste große Bereich der Robotik, der sich im letzten Jahrhundert etabliert hat. Es ist dann sehr schnell die Rede von den drei Ds aufgekommen, dass Roboter Arbeiten übernehmen sollten, die dull, dangerous oder dirty sind. Also stupide Arbeiten, langweilige Arbeiten, gefährliche Arbeiten oder schmutzige Arbeiten. Wir hatten es gerade von den Bergwerken beispielsweise, auch Weltraumrobotik fällt unter diesen Bereich. Ja, aber die große Frage ist doch, welche Bereiche sind so dull, dangerous und dirty, dass Menschen sie nicht mehr ausführen sollten? Wer legt das denn bitte schön fest? Also wer hat die Autorität zu entscheiden? In diesem Bereich dürfen Menschen nicht mehr tätig sein, selbst wenn sie es vielleicht wollten. Vielleicht wollen Menschen tatsächlich gerne bestimmte Tätigkeiten ausüben, die stupide, repetitiv sind. Warum sollte ihnen das nicht gewährt werden? Und das heißt, wir kommen von dem Einsatz von Technik in bestimmten Aufgabenbereichen sehr schnell zu sehr viel grundlegenderen philosophischen Fragen, nämlich die Frage danach, was gute Arbeit ist, warum wir überhaupt arbeiten wollen, was für einen Sinn Arbeit in menschlichen Gesellschaften hat, was entfremdete Arbeit ist, was sinnvolle Arbeit ist und vor allen Dingen, wer, leider wieder auch die Machtfrage am Ende, also wer entscheidet darüber, welche Arbeiten menschengerecht ausgeführt werden und in welchen Bereichen wir vielleicht auch nach wie vor bei rein menschlicher Expertise bleiben wollen. Nur eine kurze Fußnote noch zu der Pflegerobotik. Das ist tatsächlich ohne Ausnahme bislang Assistenzrobotik und das sind Systeme, die menschliche Pflegerinnen und Pfleger in vielen Bereichen ihre körperlich auch sehr, sehr beeinträchtigen und schweren Arbeit unterstützen. Das sind keine Technologien, die auch nur im Entferntesten in der Lage sind, Arbeiten komplett von Menschen zu ersetzen. Es wird häufig so ein Slippery Slope Argument gemacht an der Stelle, dass wenn wir einmal sozusagen den Damm gebrochen haben und diese Systeme bei uns reinlassen in unseren menschlichen Arbeitsbereich, dann werden sie irgendwann so weit sein, dass sie alle Arbeiten übernehmen und Menschen vollständig ersetzen. Ich möchte da ein bisschen mit den Füßen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Da sind wir lange, lange, lange und auch aus ethischen Gründen noch von entfernt. Denn ein Pflegeroboter, der vollkommen autonom im Privatbereich einer zu pflegenden Person agieren können soll, der muss eben auch in der Lage sein, entscheiden zu können, was beispielsweise passiert, wenn die zu pflegende Person ihre Medikamente nicht einnehmen will. Einfach Schnabel auf, Medikamente rein und viel Spaß. Oder was soll sonst passieren? Und das sind ganz, ganz grundlegende ethische Fragen, über die sich auch die Herstellerinnen und Hersteller solcher Systeme nicht einfach so hinwegsetzen können. Und deswegen unter anderem gibt es solche Systeme auch nicht. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass es sie nächste Woche oder nächstes Jahr einfach so geben wird. Das soll nicht heißen, dass es nicht irgendwann möglich sein sollte, theoretisch. Aber ich möchte da trotzdem einfach ein bisschen zu Genauigkeit und Realitätsnähe aufrufen. Da passt auch sehr gut die letzte Frage jetzt aus dem Chat, nämlich die Frage, ich übersetze es mal als Durchsetzungsfrage, nämlich die Konkurrenz hat Technologiefortschritte vorangebracht und leider hat jeder diese Vorteile gegen den anderen benutzt. Wenn man global, man sich noch nicht mal über die Atomkraft einigen kann, wie kann man sich dann bei der KI einigen? Und ich ergänze eben auch aus den Beiträgen von Ihnen beiden jetzt, das ist ja diese grundsätzliche Frage dann, kann man das ethisch überhaupt, global ethisch, in dem Sinne machtpolitisch so einhegen, dass nicht doch jemand irgendwas entwickelt, weil man halt dahingehend, wir haben nicht, das sage ich ganz provokant, wir haben nicht die eine globale Ethik, wir haben nicht die eine globale Kultur, wir haben zum Glück eben auch nicht, auch wenn andere das gerne behaupten, die Weltregierung oder so, sondern es ist nach wie vor ein Flickenteppich, sage ich jetzt mal, auch an kulturellen bis ethischen Praktiken und so weiter. Wie kann man da trotzdem hoffnungsvoll proaktiv sein? Ja, ich denke schon, das ist eine politische Frage, damit auch eine internationale Frage. Das heißt, es müssen dann natürlich Regulierungen getroffen werden, die das ermöglichen. Ich denke halt, dass die nur getroffen werden können, wenn wir uns über das Problem klar werden. Und das ist dann interkulturell auch sozusagen zu bewerbstständigen. Das heißt, der Pflegeroboter in China, da kann ich nicht dann hergehen und sagen, ja gut, die Chinesen sehen das etwas anders mit dem Pflegeroboter, die sind da technikaffiner, denen ist das egal. Das ist vielleicht von der Kultur her zu verstehen, deswegen bleibt aber die Frage des Verhältnisses von Maschine und Mensch erhalten. Die muss ich weiterhin stellen. Und dass die Maschine eben etwas hilft, was Sie auch angesprochen haben, Frau Loh, nämlich dass sie unterstützt, das ist richtig. Das ist auch dann die Aufgabe. Dass sie dann aber Entscheidungen trifft und sagt, okay, was mache ich eben, wenn der Patient die Medikamente nicht nimmt oder wenn er da sperrig ist oder wenn das nicht passiert, was mache ich dann? Das muss eigentlich schon dem Menschen überlassen bleiben, das weiterhin zu entscheiden. Weil wenn ich das an Algorithmen übertrage, dann muss ich erst mal sagen, okay, die werden ja von Menschen geschrieben, dann ist wieder der, der sie programmiert, das Problem. Dann ist es aber so, dass ich natürlich auch, und das meinte ich mit Meta-Lernen, eine Maschine entwickle, die vielleicht nach zwei Jahren so viel kapiert hat, dass ich sage, okay, ich kann mich letztendlich auch ethisch verhalten. Das zu übertragen dann auf die Maschine, es ist jetzt so, wir müssen uns überlegen, was wir da tun, wenn wir das tun. Das ist der springende Punkt. Und deswegen bleibt es noch auch wieder bei Kantscher Frage, was ist der Mensch und was will er in seiner Entwicklung tun? Die stellt sich grundlegend, weil wir wirklich, was ich vorhin sagte, auch in einem Umbruch sind. Die Politik ist ein Instrument, das ist völlig korrekt. Aber die Politik handelt, wenn sie es tut, nach dem, was der Bürger ihr aufträgt. Aber der Bürger muss ihr etwas auftragen. Das bedeutet, dass der Bürger eben auch die Pflicht hat, sage ich mal, sich über sich selbst klar und klar werden, was er will, was er tun möchte. Da kann man sich nicht darauf zurückziehen, was wir vorhin auch sagten, das will ich halt jetzt, sondern das muss ich sozusagen in einem Selbstbildungsprozess mir, sage ich es mal so, erarbeiten. Ich muss es selber mir klar werden, was ich da will, welches Verhalten, welche Beziehungen, welche Haltung ich einnehmen möchte. Hallo, Ergänzung? Ja, eine kleine Ergänzung. Ich glaube, dass es, also die Frage, wie wir das Ganze global regeln wollen, ich glaube, so ungefähr lautete sie ja, ist, also ruft bei mir tatsächlich immer so ein bisschen so ein hilfloses Schulterzucken hervor, weil wir es ja eben noch nicht mal national hinbekommen, solche Fragen zu beantworten. Und das aus dem Grund, weil wir eben auch keine nationale Ethik haben. Wir haben bestimmte Ethiktraditionen, wie die Tugendethik, den Konsequenzialismus, die deontologische Ethik und noch weitere. Aber wir haben den Deutschen Ethikrat. Ja, aber auch der handelt ja nicht nach einer bestimmten Ethik. Und niemand von uns, noch nicht mal der konsequenteste Deontologe, die konsequenteste Deontologin, handelt immer in jedem Moment klar, also konsequent deontologisch tatsächlich. Und das ist etwas, was manche als Problem sehen würden, andere vielleicht als das typisch Menschliche, dass Menschen über, man nennt es vielleicht gesunden Menschenverstand verfügen, aber spontan reagieren können, sich umentscheiden können, auch widersprüchlich handeln können. Und das ist etwas, was Maschinen bis auf Weiteres erst mal nicht können. Ich will damit jetzt gar keinen anthropologischen Unterschied zwischen irgendwelchen Spezies definieren, aber das könnte man als einen Unterschied sehen, was aber dazu führt, dass wir allein schon auf nationaler Ebene uns überlegen müssen, wenn wir beispielsweise autonome Autos bauen, mit welcher Ethik wir sie ausrüsten wollen, weil es eben nach unseren Maßstäben keine korrekte und richtige Ethik gibt. Und wie groß wird das Problem erst noch, wenn es dann über nationale Grenzen hinaus auf die Ebene des Globalen geht? Brauchen wir dann irgendwie Navigationsgeräte, um mal beim Beispiel der Autos zu bleiben, die, sobald sie die Ländergrenze überrollen, automatisch das ethische System eines anderen Landes irgendwie eingestellt bekommen und sich entsprechend verhalten? So, ich glaube, das ist alles sehr spekulativ und ich würde sogar fast dazu neigen, zu sagen, es ist unmöglich, darauf eine Lösung zu finden. Ich bin immer vorsichtig mit solchen absoluten Aussagen, aber ich glaube, um diese Probleme kommen wir nicht drum herum und auch schon auf nationaler Ebene nicht. Selbst die Menschenrechte, die ja längst nicht global überall akzeptiert sind, eröffnen ja schon einen Interpretationsspielraum, der mal vom Begriff der Würde ganz abgesehen, so gern wir ihn auch haben, aber so interpretationsoffen und so ambig und schillernd ist er eben auch, was wir Menschen zu unseren Vor- und aber auch anderer Leute Nachteilen auslegen können, wo wir aber Maschinen bis auf Weiteres erst mal festlegen müssten, wie ein bestimmter Begriff oder ein bestimmtes Prinzip definiert werden muss und verstanden werden muss, ganz zu schweigen davon, wie wir das in Algorithmen übersetzen wollen, also das Schillernde der Sprache in eine Sprache übersetzen wollen, die so konkret und eindeutig ist, dass Maschinen immer glasklar wissen, was sie zu tun haben. Das halte ich für sehr, sehr schwierig, abgesehen von den technischen Herausforderungen, einfach schon die ethischen Herausforderungen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir tatsächlich irgendwann dahin kommen werden, solche Systeme auch schon allein national zu entwickeln, geschweige denn global. Es bleiben viele offene Fragen. Ich würde das jetzt fast schon als Überleitung zum nächsten Termin nehmen. Wir haben ja, wie versprochen, noch einen. Wenn Wilhelm Reichert nicht noch etwas zu ergänzen hat, würde ich das so stehen lassen und mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Wilhelm Reichert für die Diagnose, bei Janina Loh für die erste Replik und Zweitmeinung und für die Debatte. Wie gesagt, es geht weiter am Sonntag, dem 14. März mit Was ist Roboterethik? Dann einem entsprechend diagnostischen, wir dürfen gespannt sein, Beitrag von Janina Loh, einer Zweitmeinung von Wilhelm Reichert und dann natürlich wieder eine Debatte und dann werden wir vielleicht auch noch mal auf die ein oder anderen Sachverhalte zu sprechen kommen. Auch noch mal, wie Philosophie oder welche Arbeitsaufträge oder welche Beiträge Philosophie praktisch leisten kann. Und wie gesagt, wir verstehen unter praktisch eben nicht einfach nur eine gegenständlich-instrumentelle, sondern auch im Sinne von Herrn Reichert eine ideell spekulative Philosophie, weil Philosophie ist zum Glück kein einfaches ideologisches System, sondern ist bunt und da passiert eine Menge. Ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen herzlichen Dank an Wilhelm Reichert und Janina Loh. Grüße gehen raus, bleiben in Heidelberg, Grüße gehen raus nach Wien. Und wir werden auch noch als kurzen programmatischen Hinweis, wir werden noch viele weitere Themen zu hören haben, unter anderem Susanne Hahn zur Rationalität des Handelns mit Mr. Perfect, Mrs. Smart, wo wir da auch die Stärken einer Philosophie im Bezug auf das rationale Handeln thematisieren werden. Marie-Luise Frick wird uns auch noch mit einem Beitrag beehren, wie Philosophie Konflikte und Streits lösen kann und dazu beitragen kann. Wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. DRI Home, unser Programm geht weiter. Wir sehen uns wieder. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.